6.413 05 Sainz führt Mittelfeld an das Mittelfeld führt im Augenblick Carlos Sainz im McLaren an. Sein Ex-Team-Kollege Nico Hülfenberg ist Achter vorquiert und reikült. Schlusslicht ist wie schon in Australien Williams. 6.213 03 Boxenfunk Kimi Reikönen zwischen Kimi Reikönen und Carlos Sainz gab es offenbar ein kleines Scharmützel auf der Strecke. Er wäre fast in mich reingefahren, schimpft der Eismann über Funk. 5.912 zu 59 Lückler kann noch schneller Charles Lückler kann noch schneller als Vettel und bringt jetzt die 1 zu 30.354. 0,2 Sekunden war er damit schneller als zuvor Vettel in seiner Runde. 5.812 zu 58 Neue beste Runde von Sebastian Vettel Für den Augenblick scheint es so, als hätte Ferrari in den letzten Tagen tatsächlich was gefunden. Vettel unterbietet die derzeitige Mercedes-Best Zeit und das mit Ansage. 0,7 Sekunden hatte er Bottas abgenommen. 5.612 zu 56 Hamilton bleibt dahinter im zweiten Sektor kann Hamilton zwar die absolute Best Zeit bringen, insgesamt aber bleibt er hinter dem Teamkollegen zurück und das mit 0,273 Sekunden auch schon recht deutlich. 5.412 zu 54 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Valtteri Bottas setzt den Konter gegen Verstappen. Mit zwei absoluten Sektorenzeiten und einer 1 zu 31.328 ist der Mercedes-Fahrer wieder der Führende. 0,3 Sekunden hatte er Verstappen abgenommen. 5.112 zu 51 Gasly schiebt sich auf die 3 auch bei Verstappens Teamkollegen Pasti Pace zum Auftakt in das Wochenende. Gasly schiebt sich mit 0,142 Sekunden auf die dritte Position der Zeitentabelle. 4.812 zu 48 Neue beste Runde von Max Verstappen Verstappen schnappt sich die Rundenbestzeit im 1. Training und schiebt sich nach einer 1 zu 31.673 mit einem hauchtenen Vorsprung von 0,074 Sekunden vor Viertel. Der steht, wie der Großteil des Feldes, weiter in der Garage. 4.612 zu 46 Halbzeit in Bahrain die Hälfte des 1. Training in Bahrain ist um. Die ersten 45 Minuten waren eher ruhig und die Fahrer sind erst spät zu längeren Rands auf die Strecke gegangen. Die derzeitige Bestzeit hat mit einer 1 zu 31.747 Sebastian Vettel inne. Leclerc ist mit 0,1 Sekunden zweier, gefolgt von Bottas und Hamilton im Mercedes. Verstappen rangiert auf Platz 5. Bester Fahrer im Mittelfeld ist Riccardo vor Albon und Hülkenberg. 4.412 zu 44 Verstappen fährt wieder raus. Max Verstappen hält die Pause nach der Reifenrückgabe kurz und lenkt seinen Red Bull zurück auf die Strecke. Erneut ist der Niederländer auf der weichsten Reifenmischung. 4.012 zu 40 Zusatzreifen werden zurückgegeben. Die 40-Minuten-Marke ist im 1. Training erreicht und die Fahrer kehren geschlossen an ihre Boxen zurück, um den Zusatzreifen an Pirelli zurückzugeben, der nur dieses Zeitfenster verwendet werden darf. Meist ist das auch der Zeitpunkt, in dem es wieder ruhig wird auf der Strecke. 3.512 zu 35 Hülkenberg auf Platz 7 auf dem siebten Platz ins Training gestartet ist Nico Hülkenberg. Bester im Mittelfeld ist unmittelbar vor ihm Albon im Toro Rosso. 3.312 zu 33 Doppelführung für Ferrari Vettel kann noch schneller und verbessert seine Bestzeit auf eine 1 zu 31.747. Auf Position 2 hat sich Teamkollege Charles Leclerc mit 0,137 Sekunden Rückstand eingefunden. Bottas ist mit 0,5 Sekunden dritter, fuhr bislang aber erst den Medium, 2912 zu 29. Neue beste Runde von Sebastian Vettel Sebastian Vettel schnappt sich mit einem knappen Vorsprung zu Bottas die schnellste Runde im bisherigen Training. Anders als der Konkurrent im Mercedes war er aber auf der weichsten Mischung, 2712 zu 27 Dreher von Strollen Stroll sorgt kurzzeitig für gelbe Flaggen, nachdem er sich in Kurve 4 gedreht hatte. Es kam zu einem leichten Einschlag mit dem Frontflügel in die Mauer, sollte aber nur für eine kurze Pause im Training nach sich ziehen, 2412 zu 24 Neue beste Runde von Valtteri Bottas Bislang war Verstappen der beste Mann im 1. Training, seinen Platz nimmt jetzt Australien-Sieger Valtteri Bottas ein. Mit einer 1 zu 32.340 war er gleich einmal 0,6 Sekunden schneller als Verstappen. Hamilton liegt aktuell auf Rang 3 mit 0,9 Sekunden Rückstand zum Teamkollegen. Beide Silberpfeil-Fahrer sind auf dem Medium, 2012 zu 20 es füllt sich nach einem schleppenden Auftakt beginnt die Strecke ist jetzt langsam zu füllen. Bei Mercedes sind jetzt beide Autos unterwegs und auch der Großteil des Feldes hat sich wieder aus den Garagen begeben. 1.812 zu 18 erste Rundenzeit von Max Verstappen Max Verstappen ist es dann auch, der hier die erste Rundenzeit hinsetzt. Eine 1 zu 33.085 liegt der Red Bull Pilot auf dem Soft vor. Inzwischen hat auch Mercedes die Session begonnen, 1.512 zu 15 Verstappen bricht die Stille Max Verstappen bricht die Stille und lenkt seinen Red Bull jetzt wieder auf die Strecke. Aufgezogen hat der Niederländer den Soft-Treifen, 1.112 zu 11, bleibt ruhig nichts Neues aus der Wüste. Noch immer stehen alle Piloten an der Box und bis auf Mercedes haben alle zumindest die Installationsrunde gefahren. Grund dafür ist der viele Sand auf der Strecke und dass die Aussagekraft vom ersten Training sehr gering ist. Qualifying und Rennen werden am Samstag und Sonntag deutlich später stattfinden. Entsprechend unterschiedlich sind dann auch die Streckenbedingungen. 1.512.08 nicht viel Loses bleibt ruhig auf dem Bahrain-Circuit. Alle Fahrer sind nach ihren ersten Checks zurück an die Boxen gekommen. 1.512.04 normales Prozedere viele folgen dem üblichen Prozedere im 1. Training und kommen nach der Installationsrunde sofort wieder zurück an die Boxen. Eine gezeitete Runde ist noch niemand aus dem Feld gefahren. Als einziges Team noch überhaupt nicht auf der Strecke war Mercedes 112.01. Vettel ist unterwegs, auch Sebastian Vettel ist unterwegs und hat sein Training in Bahrain begonnen. Wir sind gespannt, ob sich Ferrari hier stärker präsentieren kann als zuletzt in Australien. 1.112.00 Start Erster Training Die Ampeln stehen auf grün, der Start des 1. Trainings in Almanama ist erfolgt. Die ersten Fahrer sind bereits aus der Box gefahren und absolvieren die Installationsrunde. 11.56 Uhr die Reifenmischungen Die Spitzenteams fahren beim Wüstenrennen jeweils die gleiche Anzahl der Reifen auf. Die beiden Fahrer von Mercedes und Ferrari sowie Max Verstappen haben jeweils einmal Hart, dreimal Medium und neunmal Soft bestellt. Ausnahme ist Gasly. Der nimmt einen Reifen weniger Soft mit, hat dafür zwei harte Reifensätze. 11.51 Uhr die Strecke Die Formel 1 ist insgesamt zum 15.00 Mal auf dem Bahrain International Zierkui zu Gast. 2004 fand das erste Rennen statt, 2011 wurde das Rennen wegen politischer Unruhen abgesagt. Der Kurs bietet insgesamt 15 Kurven, neun rechts und sechs links und liegt mitten in der Wüste, wodurch besonders die Bremsen großer Belastung ausgesetzt sind. 11.43 Uhr schlägt Ferrari zurück. Ferrari war als Top-Favorit nach Melbourne gekommen, wurde dann aber schon in den Trainings von Mercedes abgekocht und hatte auch im Rennen keine Chance. Mehr als die Ränge 4 und 5 für Sebastian Vettel und Charles Leclerc waren beim Saisonauftakt nicht drin. In den letzten Tagen hieß es Aufklärungsarbeit leisten, ob man gefunden hat, weshalb es in Australien nicht aufging, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Vielleicht läuft es ja ähnlich wie 2018. Dort war Ferrari in Australien ebenfalls unterlegen, konnte aber in Bahrain zurückschlagen. 11.35 Uhr Bottas beim Auftakt über Legendenauftakt in Australien hatte nicht etwas Weltmeister Louis Hamilton im Griff, sondern sein Teamkollege Valtteri Bottas. Der Finne lieferte ein bärenstarkes Rennen ab. Er hatte sich Hamilton am Start gepackt und war ihm von diesem Moment an davon gefahren. Ein Erlebnis, welches er in Bahrain sicherlich wiederholen möchte, insbesondere nach der schwierigen Saison 2018, in der er als Wingman von Hamilton abgestempelt wurde. 11.29 Uhr Hallo aus Bahrain, Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Formel-1-Renn-Wochenende des Jahres. Wir sind gespannt, wie sich das Kräfteverhältnis in der Wüste von Bahrain zeigen wird. Ist Mercedes auch hier überlegen oder kann die Konkurrenz zurückschlagen? Den ersten Anhaltspunkt könnte das 1. Training um 12 Uhr geben.